Weißt du, seit einer Woche habe ich nicht mehr gefügelt und langsam bekomme ich Entzugserscheinungen. Wenn ich nicht sofort dagegen etwas unternehme, kann ich für nichts garantieren, Kleines. Teresa. Es ist sehr dringend. Unverbesserlich. So bin ich nun mal. Was ist mit dir? Ich würde gerne es machen. Leider keine Zeit. Dann kann ich ja. Dumm, dumm. Ja, ja. Ich sehe die Mietzen. Ja, genau das Richtige für uns. Klasse Grau, ne? Jenny, bitte. Ja, Teresa, soll der Bewerber jetzt kommen? Ja, lass ihn bitte herein. Er soll kommen. Herein. Kommen Sie näher und setzen Sie sich. Nehmen Sie doch Platz. Bitte. Darf ich? Danke. Nicht so schüchtern. Sie möchten sich auf die Anzeige bewerben? Na ja, ich dachte doch, dass Ihnen Ihre Sekretärin schon gesagt hat, dass ich... Was? Na ja, ich möchte gern etwas mehr über diese Stelle wissen. Ja, wir suchen dringend Talente. Wir brauchen zuerst Mädchen. Und dafür ein Mitarbeiter, der das alles leiten, koordinieren und disponieren kann. Eigentlich habe ich mir etwas ganz anderes darunter vorgestellt. Das schaffe ich nicht. Und warum? Wo liegt das Problem? Ich weiß nicht. Das ist bestimmt nicht einfach für diese Arbeit, Mädchen aufzutragen. Sie sehen gut aus, Mann. Wieso Probleme? Natürlich kenne ich eine ganze Menge Mädchen. Ich habe gleich gesehen, Sie sind dafür geeignet. Selbstverständlich kriegen Sie eine Gelegenheit, sich vorher einzuarbeiten. Dann wird es wohl nicht so schwer sein. Ich glaube, Sie sollten die Stelle bekommen. Tatsächlich? Mhm. Warum nicht? Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Sie werden das schon schaffen. Außerdem kann ich mir vorstellen... Ich muss es ausprobieren. Ja, das finde ich auch. Das ist sehr wichtig. Kennen Sie meine Magazine? Oder etwa nicht? Leider nicht. Sind Sie das auf dem Foto? Ja, ich heiße Teresa. Und du? Claude. Fein. Aber ich... Ich muss dich jetzt testen. Ja? Ja? Mhm. Jetzt, Paul, hast du es schon mal auf die Uhr gesehen? In der Woche kommen weniger Gäste. Dann mache ich schon früher zu. Na, ausgezeichnet. Dann sind wir ja ganz unter uns jetzt. Ja, da nervt uns wenigstens keiner. Doch, der nervt mich da. Erik. Madam. Mach die Bale und räum den Tresen ab. Danach ist Feierabend. In Ordnung. Also, ich kann es nicht. Was ist nun? Was meint Teresa denn nun? Wollen wir den ganzen Abend diskutieren oder eine neue Partei gründen oder kommen wir endlich zur Sache? Naja, ich... Wovon redet ihr eigentlich? Du bist doch der Chef hier. Naja, gut, ich werde es dir erklären. Teresa hat mir gesagt, dass du für ihre Magazine arbeiten möchtest und bereit wirst, harte Fotos zu machen. Und wir sollen dir das erklären. Ach, so ist das. Aber da ist doch nichts dabei. Claude, auf was wartest du noch? Lass uns loslegen. Ja, was ist? Jetzt? Ich verstehe dich nicht. Wollt ihr mich beide vernaschen? Ja, genau das wollte ich dir erklären. Oh, na endlich. Wir sollen dich testen. Testen? Ja, Teresa will, dass wir dich testen. Ich werde verrückt und dann schickt sie euch Anfänger her? Oh, na, na.